Moin vom 483, nein, Moin vom 488. Schützenfest im Lesens. Bananas! Ja, man wird so ganz gut hier in den Sitz reingedrückt. Eigentlich finde ich ja alles, was sie im Kreis trägt, gar nicht so trickelnd. Mal gucken. Hopp, hopp, hopp. Ach, ist das aufregend. Ja, gut besser bitte. Aber Ponys muss ich nicht, oder? Nee, oder? Jetzt geh ich auch immer im Kreis. Heute schaffen wir den Anheiz. Nee, also Ponys nicht, alles, aber nicht Ponys. Bitte. Filmst du schon? Zwei habe ich geschafft. Jetzt muss ich dieses komische Riesenradio fahren. Komm, Papa gibt dir Geld. Ja. Dass Papa das mal machen. Na ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, dass jetzt hier wirklich, heute Morgen haben wir doch gesagt, ja klar mach ich. Aber einfach zweimal. Boah, weiß nicht. Dreht sich ja alles hier im Kreis. So unglücklich sind die da drin aber nicht aus. Also, der ist ja doch nicht so schlimm. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ich brauche gleich eine Pause. Oh Gott. Wie geht es hier? Schlecht. Ja, mir ist auch schlecht. Oh nee. Das schlägt einen Echt auf den Mahn. Ich muss mich irgendwo hinsetzen. So, das war das Schützenfest für mich erstmal, ich bin fix und alle. Ich hab vier, äh ne. Es waren ja auch fünf. Fünf, ja. Kommt aber auch die Sonne raus, ist gut. Wirst du mich überhaupt? Ton, 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 Ton. Wirst du mich? So, das war das Schützenfest erstmal für mich. Ich hab fünf Fahrgeschäfte abgeklappert, man hat vom Riesenrad einen super Ausblick über das gesamte Schützenfest. Und über die Stadt. Der Booster hat mich echt fertig gemacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da war das Pferdekarussell eine schöne Abwechslung hinterher. Ne, nochmal, nochmal, nochmal. Nochmal komplett von Anfang. Moin vom 400... Drei und... Ah, diese *** Zahl. Ich mach's anders. Moin vom Schützenfest aus Esens, das ist Freitagnachmittag. Langem. Hälfte. Banbo. Untertitelung des ZDF, 2020